Lust auf Laugengebäck? Die USA feiern am 26. April den Tag der Brezel. Aber wie ist es zu diesem kuriosen Feiertag gekommen? Offiziell wurde der Tag 2001 von einem Kongressabgeordneten ausgerufen, ohne klare Begründung für das Datum. Die Brezel, als Pretzel in den USA bekannt, erfreut sich großer Beliebtheit. Doch Bayern hat die bayerische Brezen geschützt, um Imitate zu verhindern. Wahrlich kurios. Sonderlich beeindruckt scheinen unsere amerikanischen Nachbarn davon allerdings nicht. Denn sonst würden sie ja am 26. April nicht den Tag der Brezel, National Pretzel Day, feiern.